Moin Leute, hier ist Tim und ich habe heute ein weiteres Grafikkarten-Review von euch. Und zwar habe ich die GainWatt RTX 4070 Ti Phantom Reunion einmal für euch durchgetestet und zeige euch in diesem Video, wie die Grafikkarte bei mir im Test abschneidet. Einmal natürlich von der Performance, wobei wir da gerade von den Specs jetzt keine besonderen Überraschungen erwarten dürfen. Das wird eine normale, gängige RTX 4070 Ti Performance sein, aber natürlich vor allem, was die Kühlleistung angeht. Also, wie sind die Temperaturen der Grafikkarte, wie laut wird sie beim Zocken und ist es letztendlich ein empfehlenswertes Custom-Modell. Die GainWatt RTX 4070 Ti Phantom Reunion bekommt man in der Regel so ungefähr zu der unverbindlichen Preisempfehlung der 4070 Ti für um die 900 Euro. Im Moment kostet sie knapp darüber. Es gibt auch noch ein GS-Modell von dieser Grafikkarte, die noch stärker übertaktet ist. Ich habe allerdings die normale Phantom Reunion getestet. Insgesamt ist die Grafikkarte schon relativ groß. Wir haben hier fast ein Drei-Slot-Design. Zwar nur zwei verbaute Blenden, aber der Kühler ragt so weit nach oben über die Blenden hinaus, dass wir quasi ein Drei-Slot-Design haben. Und das brauchen wir auch, um den großen Kühler unterzubringen. Der ragt auch zur Seite deutlich über die Blenden hinaus. Und den Platz benötigen wir, um die drei 100 mm Axiallüfter unterzubringen, welche dafür sorgen sollen, dass die Grafikkarte ausreichend gekühlt wird und gleichzeitig auch nicht zu laut wird. Auf der Rückseite der Grafikkarte ist eine Backplate verbaut, die ganz okay aussieht, jetzt aber keine besonderen Highlights liefert. Immerhin ist eine Backplate dabei, wobei man sagen muss, das gehört eigentlich heutzutage zur Standardausstattung von Grafikkarten. Ich würde das tatsächlich kritisieren, wenn keine Backplate verbaut wäre. Was bietet die Grafikkarte ansonsten noch für Features? Nun, wir haben ein bisschen RGB-Beleuchtung, aber nicht zu viel. Der Schriftzug an der Seite ist RGB-Beleuchtung und kann auch per Software gesteuert werden. Und das Gute ist, die Grafikkarte hat einen 3-Pin-A-RGB-Anschluss. Das heißt, wir können sie direkt mit dem Kabel, mit dem Mainboard oder mit anderen RGB-Zubehör oder Steuerungseinheiten verbinden. Und dementsprechend auch die RGB-Beleuchtung der Grafikkarte vernünftig mit der Software unserer Wahl steuern. Bei Grafikkarten von Mainboard-Boardpartnern geht das oft nicht. Also beispielsweise MSI, ASUS und so weiter. Die bieten diese Anschlüsse nicht und dann sind die RGB-Effekte oft nur mit den hauseigenen Mainboards steuerbar. Dadurch, dass wir die Gainboard Phantom Reunion mit dem ARGB-Kabel mit dem Mainboard verbinden können, ist es komplett egal, was für ein Mainboard man hat. Man kann die RGB-Effekte auf jeden Fall immer problemlos steuern. Für die Stromversorgung haben wir natürlich den PC-Express 5-12-Pin-Anschluss. Der teilt sich dann auf zwei PC-Express 8-Pin-Anschlüsse. Also der Standard, der bei einer 4070 Ti so mitgeliefert wird. Als Anschlussmöglichkeiten für Monitore haben wir dreimal DisplayPort 1.4a und einmal HDMI 2.1a. Und die Grafikkarte hat dann noch einen BIOS-Switch. Wir können zwischen einem Performance und einem Silent BIOS hin und her wechseln. Ich habe die Grafikkarte im Performance BIOS getestet. Ich würde sagen, das war es erstmal zu den technischen Daten und Features der Grafikkarte. Wir schauen uns jetzt erstmal an, wie sie in Gaming Benchmarks performt. Und dann gucken wir uns nochmal genauer die Kühlung der Grafikkarte an. Wie schon gesagt, erleben wir bei den Spiele Benchmarks jetzt keine besonderen Vorkommnisse. Die Grafikkarte performt quasi auf demselben Niveau wie die Gigabyte Eagle OC, die ich schon getestet habe. Und das ist auch nicht verwunderlich, denn der Boost Clock liegt bei beiden Grafikkarten auf dem identischen Level. Und dementsprechend haben wir hier auch quasi die gleichen Ergebnisse in den Spiele Benchmarks. Im Performance Rating läuft es dann darauf hinaus, dass die Grafikkarte ungefähr auf dem Leistungsniveau einer RTX 3090 Ti oder einer RX 6950 XT hier bei mir im Test liegt. In Full HD schneidet die 4070 Ti tendenziell ein bisschen besser ab als eine RTX 4090 Ti. Dafür muss sie sich in 4K normalerweise geschlagen geben. Daran merkt man wieder den größten Kritikpunkt der 4070 Ti, nämlich die 12 GB VRAM. Wobei die Menge hier gar nicht das Problem ist, sondern eher die Speicheranbindung, denn die 12 GB sind lediglich mit 192 Bit angebunden und sind dementsprechend ziemlich lahm. Schade, dass Nvidia da halt wieder gegeizt hat. Das merkt man dann tatsächlich so zwar nicht im großen Maße, aber minimal, wenn man zum Beispiel in sehr hohen Auflösungen wie 4K spielt. Aktiviert man Raytracing, kann die Grafikkarte natürlich ihre Vorteile vor allem gegenüber der Konkurrenz von AMD deutlich ausspielen. Da haben wir durch die Bank weg eine deutlich bessere Raytracing-Performance, sodass die RX 6950 XT deutlich geschlagen wird. Und selbst die RX 7900 XT in Full HD und 1440p auch deutlich geschlagen wird. Lediglich in 4K liegen die Grafikkarten ungefähr gleich auf. Auch da wieder der Hinweis auf den recht knappen Speicher bzw. das langsame Speicherinterface. Falls ihr zwischen einer RX 7900 XT und einer RTX 4070 Ti schwanken solltet, darüber werde ich später im Video nochmal sprechen, wenn wir zum Preis-Leistungs-Verhältnis kommen. Denn da sehen wir dann ganz genau, welche Grafikkarte letztendlich das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis hat. Ich habe natürlich auch noch DLSS-Benchmarks gemacht, wobei ich hier dazu sagen muss, dass der Testzeitpunkt, die Benchmarks, schon eine Weile her sind bei mir. Da war leider bei Cyberpunk noch nicht das Update da, welches DLSS 3 bzw. Frame Generation aktiviert hat. Das hätte ich natürlich gerne noch ausprobiert. Zu dem Zeitpunkt, als das Update kam, hatte ich die Grafikkarte aber nicht mehr am Start. Und somit sehen wir hier bei den von mir getesteten Spielen keine nennenswerten Leistungssprünge bei der DLSS-Performance im Vergleich zur Vorgänger-Generation. Damit haben wir die Spiele-Benchmarks relativ schnell abgehandelt und wie gesagt, die Grafikkarte liegt von der Gaming-Performance einfach auf dem Niveau von anderen RTX 4070 Ti-Grafikkarten. Ungefähr auf dem Niveau einer RTX 3090 Ti. Der RX 7900 XT muss sich die 4070 Ti halt immer noch geschlagen geben. Daran führt kein Weg vorbei. Wirklich in Raytracing-Benchmarks kann die RX 7900 XT von AMD geschlagen werden. Wenn euch aber noch ein paar mehr Details zur Performance interessieren, dann schaut euch das Review zur Gigabyte Eagle OC nochmal an. Da bin ich nochmal etwas detaillierter auf die Gaming-Leistung der Grafikkarte eingegangen. Jetzt kommen wir aber als nächstes zur Kühlleistung der Grafikkarte. Und das ist ja eigentlich auch das Interessanteste, denn letztendlich stellt man sich die Frage, ist die Game World Phantom Reunion ein gutes Custom-Modell? Oder sollte man lieber zu einem anderen Custom-Modell greifen? Denn von der Performance liegen die eigentlich alle auf einem ähnlichen Niveau, außer man hat eine sehr stark übertaktete Grafikkarte. Und letztendlich kommt es dann natürlich einmal auf die Optik an, ob einem die Grafikkarte gefällt, wenn einem die Optik seines Systems wichtig ist. Und natürlich auf die Kühlleistung, denn letztendlich wollen wir natürlich eine Grafikkarte haben, die es schafft, den Chip möglichst kühl zu halten und dabei auch nicht zu laut wird. Und wir schauen uns jetzt mal an, ob das der Game World Grafikkarte hier gelingt. Bei der Temperatur unter Gaming-Last sieht es schon mal sehr, sehr gut aus, denn die liegt gerade mal bei 64 Grad. Und das ist wirklich ein guter Wert mit viel Luft nach oben. Also selbst wenn die Lautstärke zu hoch ist, hat man hier noch viel Spielraum, um mit einer manuellen Lüfterkurve die Lautstärke abzusenken. Selbst eine Temperatur von 70 Grad wäre noch komplett unbedenklich. Auch 75 Grad sind meist kein Problem. Also hier haben wir tatsächlich noch viel, viel Spielraum. Und die Grafikkarte schneidet hier im Vergleich zur Eagle OC von Gigabyte jetzt rein bei der Temperatur zwar schlechter, weil die Eagle OC in Standard-Settings den Chip auf 59 Grad runterkühlt. Allerdings wird die Eagle OC dabei etwas lauter mit 9,4 Dezibel über dem Ambient-Noise-Pegel und die Phantom Reunion von Gainward kommt auf 8,4 Dezibel über dem Ambient-Noise-Pegel. Das ist hörbar, ist aber nicht unangenehm laut. Die meisten werden die Grafikkarte also in Standardeinstellungen schon problemlos betreiben können und werden mit der Lautstärke definitiv zufrieden sein. Der Wert ist noch in Ordnung. Perfekt wäre es natürlich, wenn man auf einen Wert von, ich sage mal, unter 5 Dezibel über dem Ambient-Noise-Pegel kommen würde. Denn dann haben wir quasi einen lautlosen Betrieb und ich bin mir sehr sicher, dass das mit der Grafikkarte auch möglich wäre. Denn wie gesagt, bei den 64 Grad ist noch viel Luft nach oben. Da kann man definitiv die Lüfterkurve ein bisschen flacher einstellen. Kommt dann vielleicht auf eine Chip-Temperatur von 70 bis 75 Grad, hat dann aber einen wirklich lautlosen Betrieb. Und dafür, dass die Gainward Phantom Reunion auch meistens relativ günstig zu bekommen ist, eher eines der günstigeren Custom-Modelle ist, ist das wirklich ein sehr, sehr guter Wert. Denn das zeigt, man braucht nicht exorbitant viel Geld für ein 4070 Ti Custom-Modell ausgeben. Denn auch die günstigen Custom-Modelle bieten bereits eine sehr gute Kühlleistung. Das liegt natürlich auch daran, dass die 4070 Ti einfach nicht so viel Strom verbraucht und dementsprechend nicht so viel Abwärme produziert. Die Leistungsaufnahme der Gainward Phantom Reunion lag bei 365 Watt unter reiner Spiegellast, beziehungsweise die Leistungsaufnahme des gesamten Testsystems. Der Wert ist quasi identisch mit dem, den ich bei der Gigabyte Eagle OC gemessen habe. Da kamen 363 Watt bei dem Test raus. Und diese Leistungsaufnahme liegt halt gerade mal ungefähr auf dem Niveau einer recht stark übertakteten 3070 aus der Vorgängergeneration. Und das erklärt halt auch, warum diese wirklich großen Kühler, die wir auf den meisten RTX 4070 Ti Grafikkarten finden, so eine gute Kühlleistung abliefern. Denn die Chips oder der 4070 Ti Chip braucht halt nicht so viel Strom und produziert dementsprechend auch nicht so viel Abwärme. Die Lüfter, die verbaut sind auf der Gainward Phantom Reunion, haben ja wie gesagt eine Größe von 100 Millimetern und unter Gaminglast drehen diese dann mit einer Drehzahl von 1420 RPM. Das passt auch ungefähr zur Lautstärke, die wir gemessen haben. Das sind 250 RPM weniger als bei der Eagle OC von Gigabyte und die war dafür halt auch einfach nochmal ein Ticken lauter. Werfen wir jetzt nochmal einen Blick auf die Effizienz der Grafikkarte. Ich habe ja eben schon angesprochen, dass sie eine relativ niedrige Leistungsaufnahme hat und das sehen wir dann hier auch in der Effizienz-Grafik wieder. Die Gainward RTX 4070 Ti Phantom Reunion kommt auf eine Effizienz von 2,9 Watt pro FPS. Das ist ein super Wert und ist letztendlich der Wert, den man von Grafikkarten der RTX 4000er Generation erwarten würde. Die Effizienz ist einfach nochmal deutlich besser als bei den Grafikkarten der Vorgänger-Generation. Die kommen meistens, wenn es gut läuft, auf eine Effizienz von etwas unter 4 Watt pro FPS. Interessant ist aber auch, dass die Effizienz etwas besser ist als die der RX 7900 XT, die ich getestet habe. Die ist natürlich nochmal ein bisschen leistungsstärker, verbraucht aber auch nochmal wieder ein bisschen mehr Strom. Da kommen wir auf 3,2 Watt pro FPS, also die RTX 4070 Ti ist die minimal effizientere Grafikkarte hier im Vergleich. Vor allem natürlich, wenn man noch Raytracing aktiviert, denn dann werden die AMD-Grafikkarten einfach deutlich ineffizienter, weil die Raytracing-Performance halt einfach nicht so gut ist. Hier können die AMD-Grafikkarten also nochmal deutlich abgehängt werden und der Effizienzwert liegt bei aktiviertem Raytracing, bei der getesteten Grafikkarte hier dann bei 4,8 Watt pro FPS. Abschließend schauen wir jetzt nochmal auf die Preis-Leistungs-Grafiken von mir. Und kurz zur Erklärung, wir haben hier einmal in gelb dargestellt die Euro pro FPS, die man zahlt für die Grafikkarte, aber multipliziert mit 100, damit das hier besser in die Darstellung reinpasst. Also setzt einfach vor den letzten zwei Stellen ein Komma, dann habt ihr den tatsächlichen Euro pro FPS Wert. Und dann haben wir hier in grün nochmal die aktuellen Preise, die die Grafikkarten kosten, vom Stand 9. Februar 2023. Und wir sehen hier, dass die RTX 4070 Ti von Game World Defendant Reunion aktuell so ungefähr 910 Euro kostet und mit 7,2 Euro pro FPS im hinteren Mittelfeld liegt. Allerdings, wenn man nur die Grafikkarten der neuen Generationen betrachtet, wird sie lediglich von der RX 7900 XT und von der 7900 XTX geschlagen, die nochmal ein etwas besseres Preis-Leistungs-Verhältnis liefern. Und hier kommen wir jetzt auch schon zum ersten Zwischenfazit, wenn man sich zwischen einer 7900 XT und einer 4070 Ti entscheiden möchte. Wenn man kein Raytracing nutzen möchte oder, wie ich eigentlich auch sage, das ist nicht so wichtig, da kann man auch drauf verzichten, dann bietet die RX 7900 XT einfach das bessere Preis-Leistungs-Verhältnis. Die ist zwar ein bisschen teurer, die XFX Speedstar Merc 310 kriegt man so für ungefähr 950 Euro, zahlt da so ein bisschen mehr. Der Performance-Sprung ist aber tatsächlich nochmal merkbar und wir haben letztendlich das etwas bessere Preis-Leistungs-Verhältnis. Dazu kommen dann noch die 20 GB VRAM. Auch das ist im Hinblick auf die Zukunftssicherheit und die bessere Speicherbandbreite bei der AMD-Grafikkarte natürlich ein Faktor, den man berücksichtigen kann. Und dementsprechend steht hier die RX 7900 XT einfach ein bisschen besser da. Natürlich sind wir aber trotzdem leider weit entfernt von den Preis-Leistungs-Verhältnissen der Grafikkarten der Vorgänger-Generation. Selbst eine relativ leistungsstarke RX 6800 XT, die noch über 600 Euro kostet, hat ein deutlich besseres Preis-Leistungs-Verhältnis von 5,8 Euro pro FPS und auch die 6950 XT steht noch ein ganzes Stück besser da. Verbraucht aber lediglich halt dann im Vergleich einfach deutlich mehr Strom. Da muss man dann abwägen, ob es einem das Wert ist, zu einer älteren Grafikkarte zu greifen und dann die höheren Stromkosten in Kauf zu nehmen. Wären die neuen Grafikkarten nicht so teuer, dann würden eigentlich die neuen Grafikkarten, sämtliche alten Grafikkarten hier in der Grafik, deutlich, deutlich abhängen vom Preis-Leistungs-Verhältnis. So war es früher immer. Bei diesem Launch der RTX 4000er-Generation und der RX 7000er-Generation leider nicht. Man kann nur hoffen, dass die Preise mit der Zeit weiter fallen, aber derzeit hat sich da nicht so viel getan in dem ersten Monat seit dem Launch der 4070 Ti. Die liegen quasi immer noch bei 900 Euro und man kann nur hoffen, dass es in Zukunft etwas besser wird. Wie sieht es aus, wenn man Raytracing aktiviert? Da ändert sich dann natürlich die Preis-Leistungs-Grafik etwas. Vor allem die AMD-Grafikkarten schneiden jetzt natürlich deutlich schlechter ab und aktiviert man Raytracing oder wenn einem Raytracing halt wichtig ist und man sagt, ich will das auf jeden Fall verwenden, was auch bei der 4070 Ti in dieser Leistungsklasse ein valides Argument ist, da hat man auch genug Performance, um Raytracing zu nutzen, dann ist das Preis-Leistungs-Verhältnis tatsächlich gar nicht so schlecht mit 12 Euro pro FPS. Von den neuen Grafikkarten ist es dann tendenziell vom Preis-Leistungs-Verhältnis die beste Grafikkarte, die man kaufen kann, trotz der Probleme, die die 4070 Ti hat mit dem vergleichsweise geringen Speicher und vor allem dem langsam angebundenen Speicher. Trotzdem ist das Preis-Leistungs-Verhältnis von Mittelklasse-Grafikkarten immer noch deutlich besser, wobei man da sagen muss, eigentlich ist es dort gar nicht möglich, Raytracing vernünftig zu nutzen, höchstens vielleicht in Kombination mit DLSS, denn die Grafikkarten sind eigentlich zu leistungsschwach, als dass ich da empfehlen würde, Raytracing zu aktivieren. Zusammenfassend können wir festhalten, bei der RTX 4070 Ti hat sich grundsätzlich am Preis-Leistungs-Verhältnis, an den Preisen allgemein und an der Performance in den Games nichts getan. Seit dem Release da sind wir immer noch ungefähr auf dem gleichen Niveau. Wenn ihr nach einer 4070 Ti sucht, dann ist die Game World Phantom Reunion aber definitiv ein gutes Custom-Modell, welches eine gute Kühlleistung bietet. Die Grafikkarte wird nicht so heiß, ist out of the box schon relativ leise, nicht komplett leise, aber leise genug, dass es den meisten, denke ich, ausreichen wird. Und selbst wenn nicht, in den Standardeinstellungen ist die Temperatur so niedrig, dass man die Lüfterkurve auf jeden Fall noch anpassen könnte, um definitiv einen lautlosen Betrieb zu erreichen. Du findest nochmal einen Link zur getesteten Grafikkarte unten in der Videobeschreibung. Und wenn du ansonsten noch weitere Fragen oder Anmerkungen zu dem Test hast, dann schreib es gerne in die Kommentare. Ansonsten war es jetzt von mir. Ich bin raus. Haut rein.